Ich arbeite seit 8,5 Jahren bei der BKW und wir zeigen den Leuten, wie sie mit Microsoft Teams effizient zusammenarbeiten können, zusammen chatten, zusammen telefonieren und Dokumente zentral ablegen. Ich bin in der BKW sehr vernetzt, weil ich in der ganzen BKW-Gruppe die Leute unterstütze. In der BKW haben wir sehr viele verschiedene Branchen und es ist sehr spannend, mit Leuten aus ganz verschiedenen Tätigkeiten zu reden und ihnen zu zeigen, wie sie in ihrem Umfeld am besten arbeiten können. Das interessiert mich sehr einfach die ganze Technik, aber auch die Nutzung, weil das verändert sich alles sehr und man sieht, wie man mit einfach bedienbaren Tools effizienter arbeiten kann. Als Ausgleich zum Job verbringe ich auch viel Zeit mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Wir gehen ab und zu ins Feierabendbier oder eben auch mal in Aarenböthel zusammen. Der Zusammenhalt im Team ist sehr gross, ist für mich etwas sehr Wichtiges, dass wir auch mal privat etwas zusammen unternehmen können und beruflich nachher gestärkt an diese Herausforderungen gehen können. Ich bin Karin Nickli, Leiterin Central Services bei der BKW. Die BKW. Die BKW. Die BKW. Die BKW. Vielen Dank.